Autsch! Nicole Kidman wurde umgerissen, als sie von einem Fahrradfahrer auf einem Gehsteig in New York City gestriffen wurde. Als sie auf dem Rückweg zum Carlisle Hotel in Manhattan war, stieß die 46-Jährige mit einem Fotografen zusammen, der so versucht haben soll, ein Bild von ihr zu bekommen. Die Oscar-Gewinnerin sah super glamourös aus, als sie zu der Calvin Klein Show bei der New York Fashion Week kam. Die Australierin konnte nur knapp verhindern, dass ihre weiße Robe ruiniert wurde und hielt sich ihr Knie nach dem Unfall. Nicole wurde wegen leichter Verletzungen behandelt, nachdem sie mit nur einem Schuh zurück ins Hotel humpelte. Laut TMZ schäumt der Star vor Wut und will eine Anzeige machen. Das war wahrscheinlich nicht gerade das beste Fashion Week-Erlebnis von Nicole. Rocket-Shell Die Lieder der Bindelgüternen hat, wenn du auch das Auto kennengelerierst. aber auch das Thema Aufersteiger geworden ist. Das war schon bei der Bindelgüter, der Bindelgüter, der Bindelgüter und die Bindelgüter überwürfte ich die Glocke.